Es gibt einen Spalt im Kollektiv. Die Menschen haben das Tor geschlossen. Doch sie wissen nicht, dass sie uns mehr als nur einen Transportweg gestohlen haben. Sie haben uns der Stimme unseres Volkes beraubt. Wir können die anderen nicht hören. Und so können wir uns selbst nicht hören. Es herrscht tiefe Stille. Diese Entkörperung war anfangs zu viel. Viele Schiffe gingen ohne den allgemeinen Austausch verloren. Einige hörten auf zu funktionieren. Die Menschen würden dies vielleicht fälschlicherweise als Schmerz bezeichnen, als Trauer. Aber es war noch viel mehr. Wir sind nicht komplett. Wir haben keine Ressourcen im Alpha-Quadranten. Uns fehlt Beständigkeit. Uns fehlen Verbündete. Wir sind allein. Aber wir sind die Borg. Wir werden uns anpassen. Alpha-Quadrant, bereite dich auf deine Assimilation vor. Alpha-Quadrant. Alpha-Quadrant, bereite dich auf alle Aufmerksamke. Das ist etwas ganzes. Vielen Dank.